Kunde bei Böhm Hörakustik zu sein, bedeutet nicht nur eine kompetente Beratung und freundlichen Service zu bekommen. Für unsere Kunden haben wir uns innerhalb unserer Event-Serien etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir sehen in der Kunst eine Art Genuss und diese zwei Themen brachten wir für sie in Einklang. Die Autorin und Filmemacherin Christiane Ratz haben wir zu uns eingeladen. Unsere Kunden konnten sich mit der Künstlerin austauschen und ihre mitgebrachten Werke auf sich wirken lassen. Für das leibliche Wohl sorgte das Weingutbauer aus Keltern. Mit erlesenen Tropfen konnte das familiäre Weingut seinen Wein präsentieren und sich vorstellen. Dazu wurden von uns leckere, selbstgemachte Häppchen gereicht. In gemütlicher Atmosphäre gab es also genug Raum, sich untereinander kennenzulernen und auszutauschen. Es ist uns ein Anliegen, die Region zu unterstützen. Daher setzen wir innerhalb unserer Events diese Ideen in die Tat um. Bei Böhm Hörakustik liegt uns der persönliche Kontakt zu unseren Kunden sehr am Herzen. Daher freuen wir uns im Rahmen unserer regelmäßigen Böhm Events auch mal ein paar persönliche Worte mit unseren Kunden wechseln zu können. Wir hoffen, Sie hatten auch dieses Mal einen schönen Abend und freuen uns auf Ihren nächsten Besuch bei uns im Hörstudio. Ihr Fabian Böhm